Drei Dinge im Leben wird es sicherlich geben. Der Tod, dass Papa Staat seine Steuern haben will und dass jeden Montag eine neue Folge Nerd Pictures kommt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd Pictures. Wie lange hast du da gesessen, dir diese Scheiße auszudenken? Gestern Abend. Achso, okay. Ich lag wieder in meinem Bett und habe nachgedacht, keine Ahnung. Naja, die wichtigen Dinge im Leben, ne? Wie kann ich die nächste Podcast-Folge einleiten? Ach, scheiße, ich muss noch Steuern zahlen. Richtig. Ja, war lustig, ne? War in Ordnung. Ja, war in Ordnung. War über deinem Niveau. War über mein Niveau. Ja, siehst du? Es ist ungewohnt, ne? Es war alles Gutes. Ja, aus dem Zweifel. Mal kein Gebäsche gegen Spider-Man, Tom Holland. Richtig, Tom Holland, du Spaß. Was geht? Was gibt's Neues? Ja, ich war ja krank die Woche. Ja, das habe ich ja mitbekommen. Wundert mich, dass du jetzt wieder so mehr oder weniger fit bist. Ja, ich hatte Husten, Fieber, alles, alles war einfach erkältet. Ja, Montag klangst du echt wie scheiße. Ja, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, Dienstag war schon besser, Mittwoch, eigentlich war wieder alles okay. Ja. Vor allem ging nur ganz kurz, keine Ahnung. Es war auch witzig, weil nach der Podcast-Aufnahme letzte Woche sind wir dann nochmal schwimmen gegangen und ich glaube, das war ein Fehler. Das hat so richtig gehärtet. Ja, wahrscheinlich schon. Haha. Das hat nichts damit zu tun, aber es ist trotzdem witzig. Ja, aber jetzt ist alles wieder okay. Ich habe ein bisschen gearbeitet. Viele Koch-Videos geschaut. Ich bin ein bisschen in so einem Koch-Modus zur Zeit, ich weiß nicht. Digga, musst du streamen und drauf reacten. Machst du wie Romatra, guckst einfach alle Folgen Frank Rosin, danach bist du großer Streamer. Echt? Ja, safe. Achso, ja, genau. Ich wollte nicht. Ich habe einfach angefangen, man kennt ja sowas wie zum Beispiel so ein Max, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Er heißt einfach Max auf YouTube. Ja, ich weiß welcher, ja, 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 der macht so ein bisschen Koch-Videos dann von Monte, so ein Kollege, Holle, so ein bisschen, der macht so Tests einfach. Digga, Holle ist einfach so, diesen Team kann ich halt nicht ernst nehmen, tut mir leid. Der geht einfach irgendwo hin, frisst und sagt, boah, das ist der beste Döner in ganz Deutschland. Aber der hier auch und in der nächsten Folge der wieder. Keine Ahnung. Nee, manchmal hat der auch nicht so viel Döner. Ja, ja, dann siehst du es aber direkt am Thumbnail und im Titel mit der schlechteste Döner Deutschlands. Genau, der schlechteste oder der beste. Und vor allem ist es mir viel zu viel Döner-Content bei dem. Ich glaube ja. Also ich verfolge den jetzt nicht so crazy. Ich verfolge den auch nicht. Ich habe noch ein paar Videos gesehen. Ich auch. Aber ich glaube, es war wegen Bürger und Döner. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt auf jeden Fall, aber es gibt so eine Reihe, die heißt Dinner-Duell. Da war Max. Das habe ich gesehen. Sturmwaffel, Rob und Bernd Sena war der Ort. Das ist Bernd Sena, der aus Frankfurt kommt. Ich kannte den davor nicht. So ein krasser Koch und der hat auch eine Kochschule. Dieser mit der Glatze ist das, ne? Genau, genau. Der ist aber kein, ich meine, der wäre kein ausgebildeter Koch. Der ist auch Hobbykoch. Ja, ist der? Der ist komplett Hobbykoch. Ich habe nämlich gesehen, wie der sich gegen einen Typen von Tim Melzer, wo die gekocht haben. Das ist ein Holle-Video, genau. Genau. Und da hat Tim Melzer so über den halt Witze gemacht, als ob der halt kein richtiger Koch wäre. Genau, ja, ja, genau. Er hat ja gesagt, du Influencer-Koch und so. Genau, genau, genau. Der ist schon ein richtiger Koch. Ah, okay. Nur er macht, er hat auch 300K auf YouTube, also er macht auch YouTube-Videos und sowas. Ja, ja, das habe ich mir verstanden. Er hat auch andere Formate, wie er durch die Welt reist und dort Sachen probiert. Aber so ein richtig, er nennt das Cinematic, Food, keine Ahnung wie. Sieht schon cool aus, weil es ist wirklich mit Interview-Setting und quasi wirklich schön abgefilmt alles. Habe ich mir jetzt nur einmal kurz reingeschnuppert. Aber dieses Dinner-Duell fand ich zum Beispiel cool und das hat mich so inspiriert, selber auch wissen, was zu machen. Oh, jetzt greifen wir ein Thema auf von vor sieben Folgen. Was denn? Kannst du an Joghurt kochen? Ja, ich würde behaupten, geht's so, ehrlich gesagt. Hast du dich geschnitten am Daumen? Ja, gestern. Beim Kochen? Nee, beim... Schade. Nein, 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 beim Paket eröffnen. Ich weiß, dass man sein Messer niemals zu sich selbst führt. Habe ich trotzdem gemacht. Naja, Erwachsene können das Messer zu sich führen, weil die können ja einschätzen, wie viel Kraft die brauchen. Genau. Das sagt man ja zu Kindern, damit die nicht den machen. Ja, bei mir... Also ich wollte ein Paket eröffnen, hatte irgendwie geklemmt und es ist dann irgendwie abgerutscht und dann voll halt den Baum so rein. Clever. Okay, ich dachte, das wäre vom Kochen zwar, wenn ich hinterbrochen habe. Nee, beim Kochen schneide ich mich nicht. Okay. Also noch nicht. Ja, warten wir mal ab. Genau. Ja. Das Zinnenduell habe ich auch gesehen, aber nur eine Folge, nämlich die von Crispy Rob. Oh, die war nice. Ja, weil die halt einfach meine gesamte Kindheit zusammengefasst hat. Genau. Das war... Also der hat... Also ich fand das auch sehr, sehr krass, dass er so... Also cool, dass er auch diese ganzen wirklich normalen russischen Gerichte genannt hat. Ja, so Hausmannskost. Genau. Das war keine Luxusküche. Genau. Das war das, was ich glaube, jedes osteuropäische Kind kennt. Genau. Von Mama. Genau. Und dann meinte auch, der Verzeihung ist das beste Schaschlik, was er je gegessen hat. Ja, natürlich. Russischer Schaschlik ist auch einfach das Beste. Ja, da ist ja glaube ich auch jeder Haushalt ein bisschen anders. Also jeder Haushaltsschwert auf seinen Schaschlik. Ja, aber es ist trotzdem... Es ist egal, wenn du weißt, du isst bei einem osteuropäer Schaschlik, es wird nie schlecht sein. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber ich bin auch gar nicht so der Schaschlik-Esser. Das habe ich letztens aber auch bei einer Familie von meiner Frau. Da habe ich, glaube ich, ein Schaschlik-Stück oder so. Also wirklich nur so ein... Nur? Ja, ja. Weil, Digga, als ich Fleisch gegessen habe, Digga, ich habe mir diese Schwerter in den Rachen gerammt und einmal so komplett abgezogen. Weil, muss man halt erklären, die russischen sind nicht so wie diese deutschen Holzpiekser oder diese kleinen Metallstäbchen. Die russischen sind richtige Schwerter. Also damit tötest du Gute. Damit kannst du Menschen töten, ja, legit. Ja, und die werden voll beladen, bis nun geht nicht mehr. Also da ist extrem viel Fleisch draus. Ja, da ist sehr viel Fleisch und das ist natürlich mariniert und sowas. Genau, und da kommt ein bisschen Zwiebel dazwischen und so für... Was für über Nacht, das reicht ein paar Stunden vorher. Mach es mit Essig. Wenn du es über Nacht machst, versetzt, ist das Fleisch. Also ob hat es über Nacht gemacht, damit es besser ist? Vertrau mir, wird schlechter dann. Keine Ahnung, also die meinten ja, ist gut. Ich habe eh keine Ahnung von Schaschlik und russischem Essen. Also ich kenne das, meine Mama halt ein bisschen so... Diese Pilmeni macht, also russische Teig. Also im russischen ist es eigentlich eh immer. Das ist ein Witz, aber irgendwie auch Realität, Teig mit Fleisch. Oder beziehungsweise Teigtaschen. Also Pilmeni ist Teigtasche, dann Mantis sind Teigtaschen, dann gibt es Chiburiki sind Teigtaschen, dann gibt es... Peragi. Peragi sind Teigtaschen. Also da gibt es aber auch nochmal verschiedene Abwandlungen. Das Ding ist halt... Das ist aber alles so. Ja, aber das sind ja alles andere Zubereitungsarten. Chiburiki werden halt frittiert. Genau, ich weiß. Pilmeni werden gekocht. Mantis werden ja... Gedämpft. Gedämpft? Gedämpft. Gedämpft, ja genau. Es gibt so ein Teigtaschen-Dampfgerät, das heißt, da ist Mantis mit im Namen sogar. Das Gerät dafür heißt so wie das Gericht. Hier, Pirashki werden gebacken. Stimmt. Pilmeni werden gekocht oder man kann die auch braten, auch sehr wild. Wer Pilmeni brät, der hat die Kontrolle über sein Leben. Nein. Das Einzige, was eigentlich gekocht wird und dann gebraten werden kann, meines Erachtens nach, Wereniki. Muss man das nochmal? Wereniki sind die Teigtaschen gefüllt mit Kartoffelpüree und Zwiebel. Mh, die Dinger, ja. Die sind halt geil, weil die kriegen so eine schöne, knusprige Schicht und dann mit dem geilen Kartoffelpüree in der Mitte, also man kann... Das ist voll aufwendig. Moment, ich hab einen Barthalm. Oder Quentin. H, ich weiß es nicht. Die werden halt, also Kartoffeln werden gekocht, gestampft, dann machst du einen Teig und wenn das gemacht wird, dann wird das auch gemacht, dass du, ich glaub, die nächsten drei Wochen davon essen kannst. Weil das lohnt sich nicht für eine kleine Portion so viel Aufwand zu betreiben. Aber die sind halt geil, wenn du die gekocht hast, dann warst du doch voller, als du dachtest. Also du hast doch nicht so viel Hunger, wie du das hast. Und dann brätst du dir den Shit am nächsten Tag an. Hammergeil. Gibt nichts Geileres. Wann hast du das letzte Mal so russische Fleischware gegessen? Boah, eh, 100 Jahre her, keine Ahnung. 2019, glaub ich. Ach, gar nicht, so lange her. Das sind ja nur fünf Jahre. Ja, ja, aber das war auch... So krass. Das letzte Mal, dass ich irgendwie... So fleischig war. Ja, genau, dass ich regelmäßig Fleisch gegessen hab, ja. Ach, du isst, ich dachte, du isst schon länger kein Fleisch mehr. Nee. Zehn Jahre oder so. Nee, nee. Ich hab schon mal davor vegan gelebt, beziehungsweise vegetarisch mehr. Hab dann aber dazwischen irgendwann nochmal wieder Fleisch gegessen. Ach, okay, krass. Also wenn du das alles zusammenzählst, da hab ich auch irgendwie drei oder vier Jahre kein Fleisch gegessen, aber ist es bei acht Jahren jetzt. Wenn man zusammenrechnet. Aber war Pause azwischen. So, ich hab noch was vergessen. Ich wollte noch was holen. Und zwar waren wir letztens einkaufen. Ja. Bei Edeka. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich noch in so ein Edeka reingehe, weil das alles teuer. Ja. Deswegen geh ich nicht zu Edeka. Ja. Aber. Ich bin arm und mittellos, ja. Wir haben doch die neue Energy-Sorte gekauft. Und zwar Arctic Ice. Und wer jetzt fragt. Schmeckt das nach Eisbonbon? Ja. Okay. Jeder kennt ja diese blauen Eisbonbon. Ja, ja, ja. Von Vic oder von welcher Marke. Keine Ahnung, welcher Marke. Aber. Dieses Ding schmeckt wirklich danach. Und ich will jetzt deine Meinung hören. Danach hört ihr auch meine. So, jetzt Boris probiert das. Riech erst mal dran. Es riecht legit wie ein Eisbonbonbon. Es riecht wirklich krank nach Eisbonbonbon, ja. Ja, da kann man nicht sagen. Das haben wir getroffen. Es ist, glaube ich, der einzige Gönnergy, wo ich sage, ich könnte so eine halbe Dose von trinken. Viel Spaß, weil wir hassen ihn beide. Echt? Ja. Ja, aber ich habe irgendwie gehofft, dass du den magst. Da schmeckst du halt diesen Süßstoff nicht so raus, wie bei den anderen Gönnergy zum Abgang. Das stimmt, weil die anderen Gönnergy sind super süß. Genau, und das finde ich total ekelhaft. Das finde ich okay. Das kann man trinken. Echt? Aber dieses Blau finde ich sehr ungesund von der Farbwahl. Ja, aber Gönnergy ist ja immer sehr farblich. Ja, ich weiß, das finde ich immer sehr ungesund von der Farbwahl. Ich würde halt gerne dieses neue Lilane probieren, weil den gab es nicht. Birne? Nee, wie heißt es Birne? Ich weiß gar nicht. Wie hast du es genannt? Lilane. Ach, Lilane. Ich habe Birnige verstanden, Digga. Was heißt Birne? Nee, Lilane wollte ich sagen. Ich weiß nicht, was ich davor gesagt habe. So. Boah. Nee, ich finde es okay. Ich finde es okay. Das ist halt wirklich so, du hast dieses Eisbabon irgendwie eingefroren und gleichzeitig flüssig. Ich finde es okay. Also ich, es überzeugt mich immer noch nicht von dem Getränk Gönnergy. Ja. Aber es ist in Ordnung. Aber du hast recht, es ist nicht so süß wie die anderen. Ekelhaft süß. Das ist einfach nur noch pervers. Ja. Gönnergy, wenn ihr uns aber sponsert wollt, gar kein Problem. Nee, wenn ich mal die anderen... Monte, Digga, mach mal nicht diesen her. Scheiß drauf, Digga. Ich habe etwas gesehen. Ich habe dich gesehen. Nee, ich habe mit Nana Wonka auf Englisch geguckt. Weil den gibt es ja auf Sky. Der kam letztes Jahr raus, ne? Ja, genau. Und ich habe den ja letztes Jahr schon mal gesehen, auf Deutsch im Kino. Und jetzt nochmal auf Englisch. Und ich muss sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt und das Englische mächtig seid, guckt auf jeden Fall die englische Variante. Weil da ist der Film gar nicht mal so scheiße. Der ist im Deutschen okay. Du brauchst es den Film nicht. Bitte? Du brauchst es den Film nicht. Der ist okay. Der ist ein ganz nettes Kinderkino, ne? Aber im Englischen funktioniert er wesentlich besser und die Songs sind 10.000 Mal geil. Aber das ist ja ein Musical im Endeffekt. Oh, sind die Songs dann auf Deutsch, ne? In der deutschen Version sind die auf Deutsch ganz furchtbar. Ich hasse auch deutsche Musik. Nee, aber es ist halt die gleiche Melodie, aber die haben das halt so sehr dürftig übersetzt, sag ich mal. Ich finde es immer auch sehr, sehr schwierig, englische Musicals oder generell englische Songs ins Deutsche zu übersetzen. Es ist halt echt so, weil Englisch klingt einfach manchmal schöner. Es ist halt in der Sprache komponiert. Genau, so einfacher zu reimen und so alles. Ja, aber das Ding ist, im Deutschen kann es ja gut funktionieren, weil die deutsche Sprache bietet ja einfach eine viel krassere Wortwahl und Wortneuschöpfung, da stört sich ja keiner dran. Weißt, was ich meine? So, du kannst im Deutschen dir irgendwelche Nomen aneinanderreihen, dann findest du ein neues Wort. Ja, aber so funktioniert die deutsche Sprache eigentlich. Das nehmen wir zwei Wörter, die dann einzig gehen. Ja, zum Beispiel, aber so ist keine Ahnung. Tisch, Platte oder? Ja, Tisch und Platte und Tischplatte, ja. Genau, Tischplatte, genau. Die Platte für den Tisch, ja klar. Aber... Das war ein dummes Beispiel, aber ja. Wurstverarbeitungsmaschinengerät oder so, ja, ja. Schifffahrtskapitän. Jedenfalls, mir geht's halt nur darum, man kann das schon, also die deutsche Sprache ist dafür prädestiniert, viele Sachen gut zu übersetzen und die Deutschen leisten auch eine gute Arbeit. Aber bei dem, also bei Wonka war's irgendwie so ein bisschen meh. Okay, okay. Also ich fand's nicht ganz so gut von den Inhalten übersetzt. Und auf Englisch muss ich sagen, da ist der Film schon wesentlich besser, kann man schon mal eher gucken. Ja, nice. Vor allem, weil Timothy Chalamet, glaub ich, auch selber singt, singt ganz gut. Mhm. Er porträtiert halt den Wonka einfach nur geil. Mhm, mhm. Da macht's halt Spaß dazu zu gucken. Geht auf jeden Fall fit. Das ist der Typ von Dune, ne? Genau, genau. Der Paul Atreides. Ja, ja. Ja. Ach, hast du Dune 2 gesehen? Jetzt die ausgeliehene Variante. Ja, also meine Dune 2. Nee, wollten wir die ganze Zeit, dann war Nana die ganze Zeit nicht im Mut, weil das Wetter so drückend war. Mhm, mhm. Wir haben uns immer eher abgelenkt mit kürzeren Sachen, weil Konzentration über zweieinhalb Stunden, äh, bei der Hitze. Bei 45 Grad. Bei 45 Grad und dann noch auf dem Fernseher einen Wüstenplanet sehen, ich weiß nicht, Ey, warte, du kannst doch richtig mitschwitzen dort. Ja, aber das Ding ist, die haben kühlende Anzüge, in die die reinschwitzen. Machst du den Vintilator an? Nee, wollten wir aber jetzt, äh, heute sehr wahrscheinlich, dann abends gucken. Klar. Nee, wirklich. Okay, okay, alles gut. Ich kenn den Film, Nana kennt den Film nicht, deswegen. Ja, alles gut. Mir ist es egal. Du kannst dich so noch lange, aber es war jetzt nicht so, ich brauch dich wieder, sondern einfach, wenn du brauchst, hast du Bescheid. Ich brauch dich nicht, ich brauch dich, weil, ähm, ja, sieh weiter, was du guckst, sonst würde ich halt. Nee, bitte, schmeiß rein, ich kann auch später noch, alles gut. Nee, nee, mach du erstmal, weil ich will. Ich muss selber nach, ich muss mich sortieren, bitte, bitte. Guter Podcast. Und zwar hab ich gestern mit Christina wieder, das stimmt, wieder, äh, aber ich glaube auch mal in guter Qualität jetzt endlich mal auch, und auf einem neuen Fernseher wollte ich das unbedingt mal machen, The Creator geschaut. Ach, der, der, der mit der ZV-E1, äh, nee, nicht ZV-E1, Mann, FX, mit der FX-3. Der mit der Vlogging-Kamera-Filmbrunner. Der mit der Vlogging-Kamera-Filmbrunner. Der FX-3. Richtig, genau. Ja. Aber Unrecht hast du ja nicht, weil der Sensor ist ja auch der gleiche, nur halt, die haben halt nicht intern aufgenommen, sondern natürlich extern. Siehst du, ich muss mich sammeln, ich bin doch nicht auf der Höhe heute. Du bist gerade aufgestanden, ich weiß. Nee, nicht gerade aufgestanden. Aber für dich ist es gerade aufgestanden. Es fühlt sich an, als wäre ich gerade aufgestanden. Ja, weil normalerweise ist der Kanal um sieben oder um sechs auf. Ja, genau, und heute hab ich mir gedacht, boah, kurz vor sechs, ich geh aufs Klo, hm, oh, ist ja noch voll früh, ich kann mich nochmal fünf Minuten hinlegen, bam, kurz nach neun, bei Leihal. Siehst du? Genau, und eigentlich, guck mal, wenn du so um sieben aufstehst und die nehmen so um zehn auf, hast du drei Stunden quasi schon verpackt erlebt. Ja, genau, da war ich mit dem Hohn und hab geduscht und alles. Genau, jetzt hattest du nur so eins, zwei Stunden oder sowas, ne? Eine. Eine, ja. Eine, also ich hab versucht in einer, ich hab's in einer nicht geschafft, ich hab irgendwie eineinhalb gebraucht. Ja, aber ich bin auch, zur Zeit früh stehen wir früher auf, also für meine Päntnisse. Okay. Ja, und zwar Creator, haben wir den auf Disney Plus, haben wir den geschaut. Ach, ist der da drauf? Ja, ist von 20th Century Fox, deswegen. Ah, okay. Dolby Vision 4K, schön, mal was Gutes, weil ich hab den da schon mal gesehen, ich hab den auf Amazon Prime eigentlich gekauft. Aber ich find Prime irgendwie, ich weiß nicht. Amazon Prime, hör mal in rein, Digga. Ja, ich weiß nicht, ich find Amazon Prime's Player und Qualität jetzt, wenn ich so Bombe oder was, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach auch so biased oder sowas, weiß ich nicht. Ich glaub, du bist ein bisschen biased, weil der ist immer noch besser als der von Wow. Ach so, ja, okay, also wir müssen wirklich mal so ein Ranking machen. Vielleicht machen wir das später am Ende der Folge. Ja, können wir machen. Wir wollen in der Folge machen ein Ranking von Streaming Player. Ja, okay, können wir machen. Aber ich hab den jetzt auch nochmal, will ich den gucken, weil ich hab den jetzt in der Blu-Ray 4K-Version geholt. Und will den dann nochmal schauen, weil ich denke, der Film kann einiges. Auch mal mehr bieten, sag ich ja, von dem Bild her. Ja, aber es ist halt nur ein Film, der vom Bild lebt, nicht von seiner Handlung. Unterschiedlicher Meinung, würd ich sagen. Also, ich will nämlich nicht mit dir streiten, ich halte einfach mal auf die Tatsache weiter. Ja, ich hab mir halt einiges dazu aufgeschrieben. Das ist natürlich von Gareth Edwards, der Regisseur von Rogue One, by the way. Weiß ich. Und auch von Godzilla von 2014, weiß ich nicht, ob ich den gesehen hab. Ich hab mal über meinen Godzilla gesehen, aber... Welcher war denn der von 2014? War es der, wo dann in der Fortsetzung Millie Bobby Brown mitgespielt hat? Ach nee, ich glaub nicht. Ist das jetzt aus der neuen Trilogie? Weiß es nicht. Doch, ich glaub schon. Das sieht halt so aus aus dem Kanal. Ja, das ist der. Das ist der erste davon. Das sind ja drei Teiler gewesen. Wo dann jetzt auch Godzilla vs. Kong und so drauf basiert. Wahrscheinlich, ja. Ich kenn mich in diesem Godzilla-Universum überhaupt nicht aus. Ich hab, wie gesagt, einmal, glaub ich, Godzilla gesehen auf Piraterie-Seiten. Ich glaub, der ist auf Netflix. Jetzt schon, ja, ja. Aber ich mein, als der rauskam, 2014, so. Das war auch das letzte Mal, wo ich das gesehen hab. Hast du das Räuber kopiert? Ja, aber richtig schlecht, glaub ich, noch mit vom Kino Camcorder aufgenommen. Geil. So wirklich schlecht. Nur geiler sind die Varianten mit so festen Chinese-gelben Untertiteln, Alter. Kennen sie die? Die sind nur noch geiler. Ja, ihr hattet ja darüber auch schon mal geredet. Ja, also der Film handelt ja, also ganz kurze Einführung, der Film handelt ja einfach um eine dystopische Zukunft, sag ich jetzt mal, ne, in 2070. Und zwar haben sich die Menschheit sehr krass auf KI schon früh fokussiert, auf Roboter. Und diese Roboter haben sie dann immer weiterentwickelt. Sie wurden immer krasser und krasser. Und irgendwann mal ist dann plötzlich eine Atombombe auf L.A. gefallen, sag ich jetzt mal. Und seitdem sind dann die, by the way, nur die Amis in dem Film, nur die Amis gegen die KI im Krieg. Und es gibt auch dann einen neuen Kontinent, ein neues Land, das heißt New Asia. Wie ich das gecheckt habe, ist es halt dann quasi, dass die ganzen Länder wie Thailand, Malaysia und so was, Indonesien, nicht mehr Länder sind, sondern halt ein Land. So habe ich das gecheckt dort. Wenn du, wenn du, solltest du jemals das Tabletop Dust spielen, gibt's nicht mehr, kann man aber noch Restbestände verkaufen. Da ist es auch so, da sind das die Sino-Sowjets, das ist Russland mit allen asiatischen Ländern zusammengelegt. Also Sowjetunion? Nee, mehr, also da kommen dann auch wirklich, also alle anderen, alle asiatischen Länder zählen auch noch mit dazu. Krass, das stimmt, die Sowjets waren gar nicht in China und so alles, ne? Die Chinesen sind ja trotzdem sehr, die sind Kamerad, äh, Genosse. Genossen, ja. Genössisch. Ja, genau, auf jeden Fall sind, in dem Film sind halt quasi die Leute, die in Asien leben, sag ich jetzt mal, die sind halt voll so pro KI und die entwickeln die die ganze Zeit weiter und das ist natürlich für die Amis überhaupt nicht cool. Und die bekriegen sich halt quasi mit denen. Und das ist halt quasi so diese Story, dieses Worldbuilding, äh, ich kenne das Worldbuilding mega nice dort. Es sind halt verschiedene Einflüsse von Themen, die wir schon kennen, ne? Wie Cyberpunk, wie zum Beispiel Blade Runner, wie, ähm, Animes auch, sagen viele, wo ich ja nicht sehe, ich habe noch ein paar Videos heute auch gesehen, zum Beispiel Akira. Der Stil heißt ja auch Cyberpunk. Von Blade Runner, meinst du? Ja. Ja, ja, genau. Aber man merkt schon auf jeden Fall Cyberpunk, aber auch so dieses Blade Runner. Wir wenden so die ganzen... Nein, nein, Blade Runner ist Cyberpunk. Ja. Das Genre heißt Cyberpunk. Ja, ja, ja. Also dieser Stil. Ja, ja, aber das weiß ich, das weiß ich. Ich beziehe es jetzt nicht auf Cyberpunk, das Spiel oder die Serie. Ne, 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 ich weiß nicht. Weil es gibt ja auch Steampunk zum Beispiel. Genau, genau. Viktorianisch, aber mit komischen Erfindungen. Genau, genau. Ich weiß, dass Blade Runner Cyberpunk ist. Wollte nur sagen, es ist auf jeden Fall, du siehst wirklich diese Blade Runner... Ästhetik. Ästhetik und Inspiration, sag ich jetzt mal. Und Danny Villeneuve hat es trotzdem besser gemacht. Und wie meinst du? Blade Runner. So, ja, ich habe auch Blade Runner. Also den neuen mit Ryan Gosling. Ja, ich weiß, 2040. Blade Runner ist auch für mich höher. Okay, okay, ich wollte nur sagen, weil ich habe... Du weißt schon, dass Blade Runner bei mir... Also es gibt ja bei Letterboxd diese Top-4-Filme, die du... Ja, da ist Blade Runner bei dir dabei, ja. Und da ist Blade Runner mit dabei, so, ne, damit du Bescheid weißt. Ich sag's mal. Aber die Optik, die ein Blade Runner anzielt wird, ist halt nicht kopierbar. Ist nicht kopierbar. Die ist auch natürlich anders, aber diese Häuser, die da sind... Ja, alles gut, alles gut. Die sind halt schon so sehr darauf angelegt. Dann hast du dort, wie gesagt, auch diese Shots von Rogue One sind manchmal so mitgenommen worden, nicht kopiert, aber inspiriert, aber es waren auch seine eigenen... Hingeregt, diese ganze, was sie dort gemacht haben für 80 Millionen Euro, ne, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 80 Millionen Euro hatten die nun und die haben an echten Orten nur gedreht. Die haben so keinen Greenscreen-Schmutz, die Marvel und so alles machen, ne, so wirklich an echten Orten, die waren halt... Ist ja auch nicht Disney. Also doch schon, aber... Aber 90-Century-Fox kriegt ja immer noch eigene Freiheiten da. Genau, ja, glaube ich auch. Deswegen ist das schon mal cool und die haben wirklich... Also im Nachhinein haben die das geschnitten, ne, und im Nachhinein, nachdem der Schnitt fertig war, haben die die Effekte dann draufgeballert, so quasi, weißt du? Und das sieht halt... Das tut dem Film so gut. Das tut auch dieser... Ich finde, ich finde, der Filminustrik so gut, dass du immer noch merkst, dass es, wenn du vor Ort drehst, es 10.000 Mal schöner aussieht und natürlicher, weißt du? Außer, du hast aus Mandalorian diese Video-Wall. Ja... Da kriegst du zumindest logische Reflektionen und so hin, da kannst du nicht sagen, es sieht auch gut aus. Da sieht gut aus, wie gesagt, ich finde Mandalorian super und für Serienproduktionen, wo es halt eh ein bisschen schneller sein muss, ne? Ja, genau, aber dafür ist es... Ist es halt super. Das Ding ist halt, bei Mandalorian gibt es manchmal so Sachen, da merkst du, dass die drei, dass die Ebenen fehlen. Ich weiß, ich weiß. Das ist ja dieses... Aber für eine Serie ist es trotzdem top-notch. Besser als jeder Greenscreen in jedem Star Wars. Ja, 100 Prozent, 100 Prozent, Mandalorian 1, also Staffel 1, super krass. Also, ne, da gibt es wirklich so Shots, wo du denkst, okay, sieht halt groß aus und so, ne? Ich finde es halt auch geil, dass die Video-Walls halt die Kamera, das Kamera-Movement tracken und dann das halt... Ja, klar. Ja, klar, aber ich finde es halt geil, dass es funktioniert. Ja, wir haben ja auch, glaube ich, in Berlin oder sowas auch so eine Art, oder Hamburg, keine Ahnung, in der größeren Stadt hier in Deutschland auch so eine Art Video-Wall. Ist auch mega, mega nice. Also, vielleicht muss man da hin anfragen. Hey, wir sind der Podcast. Hey, können wir unseren Podcast bei euch in der Video-Wall drehen? Können wir auch so ein Star Wars in der Grundlage machen? Guck mal, ich bin im Weltraum. Was ne dumme Scheiße. Ja, also, genau, ich finde den Film einfach super. Ich freue mich, den quasi dann nochmal auf Blu-Ray zu haben, weil ich schätze den Film. Ich weiß, dass manche den einfach nicht mögen, weil der... Die Story ist jetzt nicht das krasseste, was es so gibt, ne? Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schöner, packender Film. Ich bereue es, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Das war aber, ehrlich gesagt, der ist auch letztes Jahr rausgekommen, wo ich geheiratet habe. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat so zeitlich nicht ganz so gepasst. Genau, zeitlich hat es leider nicht so ganz bei mir gepasst. Aber ich hoffe einfach, dass er nochmal ins Kino geht, weil ich glaube, es ist wirklich so ein Film, den du im Kino dir anschauen musst, kannst. Und wo du es einfach nur genießt, so zwei Stunden einfach so genießen. Und dass du in so eine Welt reingeschmissen wirst, die halt unserer ähnlich ist, aber halt dann nochmal ein bisschen anders. Und ja, ich habe den auf Letterboxd wieder einen neun von zehn gegeben. Weil ich den, wie gesagt, ich finde den... Er hat natürlich, wie gesagt, die Story, ne? Ist nicht ganz perfekt. Aber sonst, ich liebe den Film, genau. Ich finde ihn wirklich super. Ich finde auch, das war letztes Jahr auch so ein Film, wo du denkst, letztes Jahr ist da auch viel Schmutz rausgekommen. Ich habe ja auch, wie heißt das? Ah, Ant-Man 3 kam, Ant-Man... Die Marvel-Filme sind alle Schmutz. Alter, ich bin in dem Film, der Film war so schlecht mit eingeschlafen. Und diese ersten Szenen, die waren auch so beschissen aus. Ich frage mich wirklich, wie kann man, wie viel Budget er hat? 200 Millionen oder sowas? Bestimmt. Weiß ich gerade nicht. Ist halt ausgedacht. Und der sah so beschissen aus. Der sah wirklich so Müll aus. Und im selben Jahr ist halt dieser Film rausgekommen. Und viele Kritiker und Review haben gesagt, Alter, danke, dass dieser Film rausgekommen ist. Weil der zeigt ja, du brauchst nicht viel Geld. Ja, das ist eine FX3. Mit der Kamera, die wir gerade aufnehmen. Das ist eine FX30. Die FX30 sieht genauso aus. Der einzige Unterschied ist halt der Sensor jetzt bei den Kameras. Aber du musst dir vorstellen, der sieht der Film mit dieser... Ja gut, aber lass das halt nicht vergessen, was für Objektive benutzen, die die Ampages umgebaut sind. Also Rigs komplette. Natürlich haben die Rigs aufgebaut. Und die haben auch nicht intern aufgenommen. Die haben externe Monitor aufgenommen. Weil die FX3 kann 4K 120, glaube ich, extern mit 16-Bit aufnehmen. Intern halt 10-Bit und extern halt 16-Bit. Glaub ich, wann das müssen das... Wenn es anders ist, schreibst du gerne in die Kommentare. Und es geht halt nur um externen Monitor. Die Leute sind schon eingeschlafen und hören nicht mehr zu. Genau. Kurz technischer Talk. Und das ist natürlich trotzdem crazy. Ja, sag ich ja nichts. Mega, mega krass. Also für Leute, die es nicht verstehen... Die Kamera kostet 4.000 Euro. Genau. Es ist keine Red, die 50.000 kostet. Das Gehäuse ohne alles. Oder eine Arri Alexa für 100.000. Genau. Sondern es ist halt eine 4.000-Euro-Kamera. Genau. Und die war im Kino. Genau. Und hat wirklich geile Bilder rausgebracht. Das Ding ist halt nur, was ich halt an diesem Film kritisiere, storytechnisch halt... Tausendmal gesehen schon sowas, ne? Also so, vom Aufbau. Seien Sie, was ich nicht mag. Ich finde den Namen von der KI... Nicht nice. Der da wäre. Alfie. Ich finde, der klingt viel zu nach... Eleven. Ja, Story of Things mäßig. Du hast eine Nummer. Okay, wir machen die Nummer... Zu deinem Namen, ja. Ja, und wir versüßen das. FN23. Ich nenne dich Finn. Ja, ich mache jetzt Speedrun Review Deadpool Wolverine. Oh, hast du gesehen? Habe ich gesehen. Nice. Speedrun. Witze gut. Story Dreck. 4 von 10. Kann man gucken für die Witze. Rest ist Müll. Okay. Sagen wir 5 von 10. Wollte gerade sagen, weil 5 von 10... Genau, das ist ausreichend. Geht auf keinen Fall dafür ins Kino. 4 Minos. Ja, so gerade so bestanden. Du hast was denn geguckt? Egal. Und... Ich wollte gerade sagen, im Kino machst du ja anscheinend nicht. Gebt dafür kein Geld aus. Lohnt sich nicht, finde ich. Also vor allem bei den aktuellen Kinopreisen. Ich habe mitbekommen, Cinemax einfach 12 Euro Ticket. Wir haben so umsinngeregt, Welt. Ja. Ja, wenn du sowas wie Wolverine wahrscheinlich reingest, schon. Also wir haben letztens ein Kino für... Ich habe geguckt wegen Alien Romulus. Stimmt, ich wollte Alien eigentlich gucken. Den wollte ich Sonntag gucken. Ja. Ja, ist ein guter und teuer. 12 Euro auf jeden Fall. Ja, genau. Wann warst du sogar 13? Ja, aber ich meine, da habe ich nämlich geguckt. Ich so 12 Euro, hm, hm, nicht für... Und online kosten ja nochmal mehr, weil du machst du... Ja, diese Bearbeitungsgebühr. Ja, soll ich sagen, warum? Weil das ist das, was die bezahlen müssen an das Portal, was denen das Zahlungsgateway bietet. Ach so, okay. Die übertragen die Kosten... So muss ich Shopify Pay mäßig... Genau, genau. Die übertragen die Kosten... Egal, was du online, wenn du es nicht selber programmierst, das Zahlungsgateway, die nehmen ekelhafte Bearbeitungsgebühren. Ja, wöch. Also im Normalfall zwischen 3 bis 5 Prozent. Mhm, mhm. Ich verstehe, dass man es nicht zahlen will, wenn man... Ja, im Kino, ja. Na? Das ist okay. So, auf jeden Fall, Story, wirklich absoluter Dreck. Sehr nette Cameos, kann ich nichts gegen sagen. Auch viele, die geplant waren und nie zustande gekommen sind, wie Channing Tatum zum Beispiel als Gambit. Mein Lieblings-Marvel-Charakter oder einer meiner Lieblings-Marvel-Charaktere. Mein Lieblings-X-Men, so rum. Äh, sehr schöne Wolverine-Cameos, kann ich nichts gegen sagen. Also allein Cavalierin war herrlich zu sehen. Oder Short King, äh, Logan. By the way, ist ein Spoiler-Part anscheinend jetzt geworden? Ne, ist absolut kein Spoiler. Das sind einfach nur aneinandergeschnittene Szenen, wo du verschiedene Wolverines siehst. Weil es da wieder um Multiversum geht. Ja, aber das ist auch Spoiler oder nicht. Das hast du im Trailer gesehen. Achso, hat man im Trailer gesehen. Ja, ja, das sieht man auch alles im Trailer. Und es gibt auf YouTube so viele Compilations mit diesen Szenen. Ja, schon klar, aber trotzdem weiß ich nicht, dass es hier ist. Ja, komm, die hat schon jeder gesehen. Glaub mir, sowieso, Marvel-Fans haben eh schon abgeschaltet, weil ich dem Film 5 von 10 und keine 10 von 10 gegeben hab. Und Leute, die es nicht interessiert, die juckt auch der Spoiler nicht. True, true, true. Also, sind wir mal ganz ehrlich. So, äh, aber wie gesagt, Story-Dreck, Visuals ganz nett, manchmal schlechter, manchmal besser, auf jeden Fall besser als Ant-Man 3. Ne, hab ich nicht mal gesehen. Ich hab nur gehört, wie scheiße er sein soll. Ey, 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 ey. Wirklich, das ist bodenlos, wie man sowas abgeben kann. Wirklich, ich versteh das nicht, bodenlos. Äh, ich fand ein paar Sachen ganz witzig, zum Beispiel, dass der ausgedachte Bruder von Ryan Reynolds, hab ich dir erzählt, in den Credits war, so, dass die ganze Family dann mitspielt, fand ich witzig. Wir haben ja letzte Woche auch schon vor viel darüber geredet. Ja, genau, ich weiß. Aber wie gesagt, ich hab's jetzt gesehen, ich kann's beurteilen, 5 von 10 muss reichen. Also, wartet im besten Fall darauf, wenn er bei Disney Plus rauskommt. Ja, kommt sogar gleich. Die hat doch schon eine Kachel dafür. Ja, weiß ich nicht. Die siehst du schon. Ja, das steht jetzt noch im Kino. In einem Monat kannst du draufklicken und den Film gucken. Also, wartet noch einen Monat. Geld für den Dreck ausgeben lohnt sich nicht. Wer Spaß mit dem Film hat, ey, ich gönn's dem. Ich kann verstehen, warum man Spaß mit dem Film haben kann. Aber, äh, für mich war der so absolut gar nichts. Aber, äh, vielleicht ist ja Sonntag Alien Romulus was für mich. Ja, da hab ich auch schon gehört, dass manche mögen den, manche halt nicht. Der hat aber überwiegend gut Kritik bekommen. Genau, ich glaube, manche sind wieder zufrieden, dass es wieder ein guter Alien ist. Ich hab ja keine Ahnung von dem Alien-Universum. Ich weiß nur, dass Alien 1 ja ein Meisterwerk ist, ne? Also... Alien 2 war auch noch gut. Und, okay, dann Alien 2 auch, um dass die danach ja... 3 war Müll, 4 war witzig zumindest, weil es trash war. Okay. Äh... Dann gibt's auch noch Predator, die ja irgendwie auch dort... Predator hat gar nichts damit zu tun. Predator ist eine eigene IP. Ach so. Fans haben irgendwann nur mal gesagt, hey, das wär voll geil, wenn's ne, äh, Crossover gibt, weil die in nem Predator-Film mal in nem Predator-Raumschiff als Easter Egg nen Alien-Kopf, also nen Xenomorph-Kopf versteckt haben. Oh, lol. Es hat nichts miteinander zu tun. Ach so, ich dachte, das sind gleich unterschiedliche Filme. Nein. Nein, ach so, ach so. Da gab's dann zwei Crossover-Filme, die waren beide Müll, weil sie sind ganz witzig, wenn man die Franchises mag, einfach zu gucken. Ist halt einfach nur Splatter-Scheiße. Äh, nee. Alien ist für sich, Predator ist für sich. Hat nichts miteinander zu tun. Was mit Alien noch zu tun hat, was für Filme rauskam, waren die Prometheus-Filme. Die sollten den Ursprung von den Xenomorphs erklären, die waren absoluter Dreck. Also wirklich selten so ne Scheiße gesehen. Muss man nicht schauen? Nein. Okay. Nein. Du kannst, was ich dir empfehle, guck den ersten Alien-Film. Der erste Alien-Film ist einfach ein Meisterwerk. Allein fucking Kulisse von HR-Giga ist, also dieses sowohl mechanische als auch dieses Zukunfts-Ding gemischt mit vielen sexuellen Sachen. Weil zum Beispiel die Facehugger, diese Dinger, die auf die Gesichter springen, um dann die Menschen ... Keine Ahnung, ich hab das noch nie gesehen. Hast du noch nie einen Facehugger gesehen? Warte, lass mich jetzt ... Wie gesagt, ich hab noch nie irgendwas von Alien gesehen. Ich hab einmal den Trailer gesehen von Alien und fand den eigentlich interessant. Ja, Facehugger sind inspiriert an Vaginen. Wagunen. Wagunas. Vaginas. Echt? Ja. Ich zeig dir das jetzt mal. Kannst du ja vielleicht einblenden, aber hier. Interessant, ja, sieht man. Ne, also der HR-Giga hat da seinen eigenen Charme gemacht. Das sieht echt gruselig aus, eklig. Ja, aber der Film ist grandios, wirklich. Es ist ... Ich würde auch sagen, Alien 1 ist zwar ein Horrorfilm, aber nicht so diese Standard-Horrorfilme, sondern er ist Horror durch einmal diese Gefahr des Xenomorphs, dass man wird gejagt. Mhm. Aber es ist nicht immer so auf dem Radar. Es ist, am Anfang weißt du gar nicht, was da abgeht. Am Anfang ist alles cool, das ist eine Weltraummission. Among Us. Ja, so ein bisschen. Aber das Ding ist halt, du siehst das Alien nicht häufig. Es spielt immer nur mit deiner Angst, dass es da sein könnte. Okay. Ne, es ist, es ist ein enges Raumschiff. Kann man auch so sagen, so ein Mystery bisschen? Thriller, Mystery. Thriller, sorry. Ja, so einfach mit bedrückender Stimmung. Ich würde es halt noch nicht mal als kompletten Horror einkategorisieren. Kann man, verstehe ich auch. Ich würde es eher als Sci-Fi-Ding machen. Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr guter Sci-Fi-Film. Okay. Und den muss man wirklich gesehen haben. Den ersten Alien auf jeden Fall. Ja, den wollen wir auf jeden Fall. So. Also ich, Christina hat ein bisschen Schiss, aber ... Der ist nicht gruselig. Also nicht in dem Sinne. Der ist halt einfach nur krass und gut und du hast halt einfach wirklich eine richtig geile, starke Frau als Charakter, die sich aber nicht so als diese inszenieren muss, sondern einfach handelt und das so gut macht, weißt du? Das funktioniert da einfach und das ist alles wirklich ein grandioser Film. Und Alien Romulus wurde ja jetzt von dem Regisseur von Evil Dead gedreht. Und der hat ja auch gezeigt, dass man Evil Dead eine andere Rangehensweise geben kann, dass es sich nicht ernst nimmt, aber trotzdem funktioniert und Spaß macht. Und ich bin ja auch großer Fan der Evil Dead-Filme. Tanz der Teufel auf Deutsch. Und alle sagen, ey, der hat die Essenz von Alien eingefangen und kriegt das hin, da einen geilen Film zu machen. Deswegen hab ich da so Bock drauf. Nice, okay. Man sagt, das ist natürlich nicht so ein Meisterwerk wie der Erste. Aber es ist halt auch nicht so eine Katastrophe wie 3 und 4 oder so. Sondern es reiht sich da gut ein. Also es ist quasi Alien 5 gerade. Nö, es ist Alien Romulus. Keine Ahnung, es ist ein Spin-off. Weil Alien 1 bis 4 erzählt halt die Geschichte, eine Geschichte. Und alles, was danach kam, war abgetrennt davon. Ach so, okay. Check it, check it. Ja, okay. Also es geht in Alien 1 bis 4 primär um eine Person, die da mitspielt. Ja, ja. So, und ich will dich halt nicht spoilern. Ja, ist gut. Ja, ich hab's verstanden. Und Romulus führt komplett neue Charaktere ein. Da hab ich halt Bock drauf. Und deswegen hab ich auch richtig Bock auf den Film. Und Evil Dead sah schon echt geil aus, was der gemacht hat. Und wenn er jetzt halt Alien auch so in so eine Optik umgesetzt hat und was ich im Trailer gesehen hab, die haben so einen Stil von H.I. Giga auch übernommen und so sehr krass. Hab ich Bock drauf, bin ich ehrlich. Nice. Das ist gut dann. Also nächste Woche Review. Nächste Woche Alien Review, stimmt. Nice. Und vielleicht hab ich auch schon eins gesehen. Ja, da kann man auch drüber reden. Den ersten und den letzten, also zu Zeiten der Neuesten. Den neuesten, ja. Die sind auch, glaub ich, all of Disney. Ja, sind die auch, ja, ja. Die sind all of Disney und der erste ist auch in 4K. Obwohl er aus 1900, was auch immer ist. Wurde halt restauriert nochmal. Ja, aber kann man auf jeden Fall gucken. Ich guck mal eben, wann der ist. 1980, glaub ich. Ja, nicht gerade 80. Oder 79. Weiß ich gar nicht. Okay, na, war meint. Er ist von 79. Trotzdem ein grandioser Film. Ja. Grandios. Glaubst du noch was? Ich überleg grad. Ich hab ein Re-Watch von Game of Thrones angefangen. Hab ich das schon erzählt? Wie weit bist du denn? Nein, hast du nicht erzählt. Ne, hab ich nicht erzählt. Ich bin jetzt Ende Staffel 1. Vielleicht beholst du mich ja noch. Safe. Du guckst das so selten. Ich hab immer noch nicht weitergeguckt. Ja, siehst du. Das ist crazy. Ja, musst du mal, weil sonst vergisst du schon, wie die Charaktere heißen. Genau. Ich hab die jetzt schon vergessen, glaub ich. Ja. Lannisters gibt es. Dann die Starks. Ja, das ist eigentlich die einzigen, die ich weiß. Targaryen. Targaryen, ja. Wann gibt's noch? Greyjoy. Weißt du? Der Kumpel der Starks, der bei denen ist, der mit dem Bogen Bran gerettet hat zum Beispiel. Der beste Freund von Rob. Der ist ein Hund. Nein. Ich hasse den. Der hat die doch verraten. Der hat doch Winterfell. Ach der, ja, ja. Der hat Winterfell angehört. Ich wusste nicht, ob du schon da so weit bist. Digga, ich hasse den. Ja, aber es gibt ja auch die Greyjoy Family, die kommt ja noch. Genau, die hat man schon kennengelernt. Ja. Der hat seine Schwester voll angemacht, weil er nicht wusste, dass er seine Schwester ist. Das ist der Idiot. Ja, der ist ja bei den Starks groß geworden. Genau, genau. Ja, äh. Dann gibt's die Tulips. Wer sind das? Äh, kommen noch. Okay, komm. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann kommen wir noch. Ja, deswegen, ich hab Bock, das weiterzugucken und irgendwie, keine Ahnung. Christine, guck das halt nicht mit mir. Und abends gucken wir halt immer was gemeinsam. Ja, der muss halt vormittags gucken. Ja, der arbeite ich. Der kann's ja parallel Game of Thrones laufen lassen. Naja, parallel ist ja doof, weil der verpasst doch vieles. Geht nicht. So. Ja, musst du gucken. Kannst gleich gucken. Ja, weil heute hatte ich eigentlich nicht mehr vor zu arbeiten. Nee, bist du durch für diese Woche? Nee, überhaupt nicht. Ich habe ein neues Projekt bekommen von, äh. Einen gemeinsamen Bekannten? Nein, nein. Okay. Den kennst du nicht. Von, äh, Christen, sag ich jetzt mal. Von CVJM, heißen die. Christlich-feministischer. Juden-Manipulationsverein. Bayern. Das habe ich mal Bayern. 60VM Bayern. Und die haben mich schon letztes Jahr angefragt für ein Video. Weil wir kennen die halt aus früheren Zeiten, sag ich jetzt mal. Also ich. Und, ähm, die haben mich schon letztes Jahr angefragt. Und ich habe gesagt, ja, ja, ja. Und dann habe ich das mal verschoben. Und dann habe ich gesagt, ja, geht doch nicht. Und dann. Und jetzt geht doch. Und dann haben die mich gefragt, ja, okay, kannst du, schaffst du es dann halt für Oktober 2024 zu machen? Ich habe gesagt, okay. Und jetzt muss ich es halt machen. Du musst du langsam spuren. Ja, das muss ich halt machen. Und dann habe ich mir auch das Material angeschaut. Digga, die haben mir einfach, wie waren das, sieben Tage, also wirklich sieben volle Tage Material, Rohmaterial gegeben. Ja, viel Spaß. Und ich soll daraus ein Zwei-Minuten-Video machen. So ein Trailer- und Highlight-Video von deren Event, was da so ist. Ja. Ist halt so irgendwas mit Konfirmation. Ist auf jeden Fall evangelisch, irgendwas mit Konfirmation danach, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung von diesen, also katholischen Religionen. Zahlen die dann wenigstens gut. Nö. Also, ich dachte, die kriegen Kirchensteuer. Ja, die zahlen leider überhaupt nicht gut. Weil, das Ding ist halt auch, ich wusste gar nicht, dass da so viel Material ist. Weil ich dachte, das wäre dann so, ja okay, so von einem Event bis Material, keine Ahnung, wie viel sind das, zehn Stunden vielleicht an Rohmaterial. Daraus in zwei Minuten zu machen, easy, entspannt. Kriegst du auf einmal 100 Stunden Rohmaterial. Digga, die haben mir auch mal 30, 21, 22, 23, 24 gegeben. Ach du Scheiße. Und jetzt, also ich habe ja schon, 18 habe ich durch. Jetzt muss ich halt die anderen Jahre machen. Pro Jahr habe ich jetzt auch schon mal runtergecuttet auf zehn Stunden noch. Und ich muss mir halt in jedem Jahr noch mal so zehn Stunden Rohmaterial anschauen. Und dann halt quasi halt das durch. Es ist dann gut gefilmt zumindest. Überhaupt nicht. Digga. Ich habe auch 2018, Spoiler, das waren, keine Ahnung, auch glaube ich, fünf, sechs Stunden Rohmaterial, nur 55 Sekunden rausgesteppt. Alles andere einfach gelöscht, weil ich dachte, das wäre unbrauchbar. Die anderen Jahre sind halt genauso. Weißt du, wir sind halt so, nicht mal Lock oder sowas, einfach Rack7on9 und draufgehalten. Was willst du denn daraus machen? Ich habe mir noch was überlegt, das können wir gerne mal machen. Ich würde gerne eine Nerd Pictures Kocht Folge machen. Boah, witzig. Aber dafür brauchen wir eine gute Küche. Wir haben beide nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir irgendeine Showküche mieten können für, keine Ahnung, zwei Stündchen? Hat nicht, äh, das, ähm, wie heißen die, Mann? Wo ich noch nie war. Worum arbeitet man? Steak. Das Steak. Boah, könnte ich mal fragen. Die haben eine mega geile Küche, ob wir die mal benutzen könnten. Aber haben die so Kücheninseln und sowas? Ja, ja. Ja, siehst du? Ja, da kann man halt gut drehen. Genau. Dann können wir mit den DJI's aufnehmen. Bei uns in der Küche kannst du nicht gut drehen. Nee, nee, weil wir da sind mit der Wand, richtig. Genau. Und wir sind dann immer mit dem Rücken zur Kamera. Ja, man könnte, ja, nee, kann man nicht. Aber ja, ich kann mal anfragen. Vielleicht, vielleicht, äh, geht das mit. Das ist das Einzige, was wir machen könnten, wenn die Nein sagen. Ich hab ja so, wo zum Beispiel unsere Kampagne raussteht. Wir verprügeln die, bis sie Ja sagen. Hahaha, Robin, klär mal. Ich war letztens im Robin Stream. Robin Stream? Robin Stream dabei. In welchem Sniper-Elite-Stream oder im anderen? Äh, nee, da hat er schon was anderes gespielt, so ein Anime-Ding. Keine Ahnung. Äh, Yakuza. Nee, das war dann davor. Auf jeden Fall danach hat er gespielt. Also, er hatte einen Stream mit Sniper, das war vor zwei Tagen oder so, was war das? Ja, da hat er erst Yakuza gespielt, dann ist er wieder auf Sniper-Elite gewechselt. Ach, ist er wieder gewechselt. Weil Yakuza ist zu langweilig für den Stream, weil da sehr viel Dialog ist. Ach so, das meinst du, ja, okay. Ja, ich hab auch, wie gesagt, die ersten 10, 20 Minuten vielleicht maximal noch geschaut. Alles gut. Aber ja, ich hab keine Ahnung, was für ein Spiel ist, aber hat mich jetzt auch nicht so angesprochen. Ist ein Rollenspiel, ist ein sehr geiles Rollenspiel, hat ungefähr so gefühlt 100 Stunden Spielzeit. Das ist das Problem. Ist das ein Screed, Alter? Nee, Assassin's Creed ist dagegen Witz, weil bei Yakuza hast du tatsächlich was zu tun. Du bist halt nur in Tokio unterwegs, beziehungsweise da jetzt auf Hawaii in dem Teil, aber, und komischweise kann jeder japanisch. Aber, nee, die Spiele sind immer richtig vollgepackt, Sega ballert da wirklich Content-Granaten raus. Also, wenn ihr JRPGs mögt, das sind auch grundstrategische Kämpfe zumindest, in den neuen Teilen, in den alten, also Yakuza 0 bis 6 oder 7, das ist ein Brawler, da musst du dich prügeln. Nee, also richtig mit Tasten drücken. In den, ähm, Like a Dragon-Title, da sind jetzt zwei Stück und davon hat er jetzt den neuesten gespielt, Infinite Earths, ist es rundenstrategische Kämpfe. Und, es kommt eine Yakuza-Serie raus auf Prime, wollte ich noch schnell gesagt haben, wo wir bei dem Thema sind, da hab ich auch Bock drauf. Nice, nice. Aber Content-Maschinen auf jeden Fall, also wenn ihr ein Spiel wollt, äh, wo ihr sehr lange dran spielen könnt, wo auch die Spielwelt nicht komplett scheiße ist, äh, Yakuza kann ich nur empfehlen. Ist auch ein Game Pass. Oh, nice. Boah, ich muss das kündigen, man, wir wurden schon wieder 15 Euro abgebucht und ich benutze es nicht. Ja, aber dann benutze es doch vielleicht mal. Ja, ich würde es ja nur auf der Quest benutzen, aber die benutze ich auch kaum. Und auf dem Laptop, äh... Gut investierte 500 Euro. 550, man. Mega, mega. Wann auf eBay Kleinanzeigen? Hab ich mich auch schon gefragt, aber da denk ich mir, boah, ich weiß nicht, ob ich das verkaufen will. Vielleicht, irgendwann mal, ja. Keine Ahnung, mal schauen. Ja, das war's dann mit dieser Folge, würde ich sagen. Ja, die ist komplett abgedriftet diesmal. Unser Ranking haben wir vergessen. Egal. Ja, machen wir, nee, machen wir jetzt, komm. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge? Ja, irgendwann mal. Okay, okay, pass auf. Dann hab ich jetzt für dich ein Blind Ranking noch. Okay. Fünf Sachen mit Kohlensäure. Ja. Eins bis fünf. Machen wir schnell, komm, ja. Okay, äh, die den Brand löschen. Also den Durst. Die den Brand löschen? Ja, wenn du so richtig Durst hast, wenn es schon brennt in der Kehle. Ja. Fünf Getränke, eins bis fünf, alle mit Sprudel. Welches würdest du davon präferieren und welches nicht? Okay. Okay. Sprudelwasser. Deswegen, ich hasse halt Sprudel. Also wenn ich so sage, hasse ich Sprudel. Ich weiß. Äh, ja, zwei. Red Bull. Drei. Also egal, welches Red Bull. Du kannst auch dein, hier, Juneberry kannst du auch. Ja. Oder Energydrinks, sagen wir Energydrinks. Energydrinks, ja, drei. Trotzdem drei? Ja, ja. Äh, Bier. Fünf. Ich hasse Bier, das weißt du. Aber mit was für einer Selbstverständlichkeit du das gesagt hast. Sparkling-Eistee. Vier. Gurkenwasser. Nein! Eins. Falls es nicht sprudelt. Gurken, komm, saure Gurkenwasser ist schon geil. Habe ich nicht probiert, finde ich. Muss probieren, muss probieren. Aber es sprudelt nicht, das ist schon mal gut. Digga, wenn ich Durst habe, trinke ich, okay, vielleicht sogar kalte Cola oder sowas, aber eigentlich immer kaltes, stilles Wasser am besten. Oder generell stilles Wasser. Stilles Wasser auf die Eins. Das ist mein Take. Scheinbar Gurkenwasser. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Zwingt eure Freunde und Familie, diesen Dreck hier zu hören. Und, äh, gebt uns fünf Sterne, ein Abo, ein Like, alles. Gebt uns Kommentare, wenn ihr es scheiße fandet. Gebt uns Kommentare, wenn ihr es geil fandet. Gebt uns einfach Kommentare. Und, äh, ach ja, wir kriegen, äh, was ausgegeben, ne? Ne, noch nicht. Ach, ne, noch nicht, okay. Ich muss dann für, äh, die Edee umgucken. Wow, du bist so schwach. Du bist so schwach. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. 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 Vielen Dank.